Herzlich Willkommen zu einem Video von Heyday! Heute gucken wir uns die neuen Dekorationen vom Farmpass Season 22 an. Ja, morgen startet der neue Farmpass und heute habe ich für euch alle neuen Dekorationen. Ja, morgen kommt das Video zu den Farmpass-Belohnungen vom jetzigen Farmpass, auch wenn der dann schon vorbei ist. Morgen kommt das Video dazu und am 2.9., also einen Tag nachdem der Farmpass gestartet ist, zeige ich euch alles, was anders ist. Also alle Änderungen vom Farmpass Season 21 zu Farmpass Season 22. Dann gibt es mehr XP, weniger XP und so weiter. Genau, das ist der Plan für die nächsten Tage und jetzt zeige ich euch die Dekorationen, die alle neu sind. Okay, wir fangen an mit der Hecke. Also die wird so heißen, also es wird jetzt wieder herbstlich, man merkt es. Und damit startet Heyday jetzt auch los mit dieser herbstlichen Hecke hier, die es dann im Farmpass gibt. Finde ich ganz nice. Wüsste ich jetzt zwar nicht genau, wo man die hinstellen kann, aber zu diesen bunten Bäumen passt die auf jeden Fall richtig gut dabei. Und gefällt mir echt gut. Schade, dass es davon dann nur 5 Stück gibt oder vielleicht auch 10. Nein, weiß ich jetzt nicht genau, ob die zweimal dabei ist oder einmal, aber auf jeden Fall mindestens 5 Mal. Nächste Dekoration ist der Hut, den es dieses Mal gibt. Und der ist mexikanisch, denn er sieht so aus. Also ich denke mal, dass es mexikanisch ist. Sieht auf jeden Fall so aus. Finde ich sehr nice. Passt sehr, sehr gut zu Heyday dazu, finde ich. Und kann man auch einigen Tieren definitiv geben. Nächste Dekoration ist folgende. Und die finde ich echt nice. Da muss ich auch mal hier kurz das Bild ein bisschen verschieben, damit man das ein bisschen mehr sieht. Das Huhn hier bei den Blumen am Gießen finde ich echt eine coole Sache und gefällt mir sehr hier. Sieht ein bisschen aus wie Harvest Moon. Und natürlich, weil Heyday ein Farmspiel ist, passt das auch sehr, sehr gut hier wieder rein. Also gefällt mir sehr und echt nice Deko. Okay, nächste und letzte Dekoration für diesen Farmpass ist diese Dekoration hier. So ein Kuchen oder so eine Torte von Kürbissen und mit Blättern voll. Oder wo man eine Torte war und jetzt einfach nur nichts ist. Es könnte natürlich auch so ein Wasserspringenbrunnen sein, der leer ist, wo jetzt ein bisschen was chillt. Aber ja, erinnert mich mehr an eine Torte als so ein Wasserspringenbrunnen. Finde ich auch sehr nice, kann man auch gut hinstellen. Alles sehr herzlich, passt natürlich gut auf meine Farmen. Kann ich bestimmt einige Sachen von benutzen. Ja, das sind alle neuen Dekorationen zum Farmpass. Freut ihr euch drauf? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Was wünscht ihr euch? Schreibt es auch mal gerne in die Kommentare. Und ja, wenn ihr euch den Farmpass gönnt, dann denkt natürlich wie immer an den Creator Code. Das ist auch immer B. Immer an den Denken ist eine gute Sache, unterstützt mich sehr und kostet euch gar nichts. Denkt doch dran, Abo da zu lassen, Daumen nach oben. Danke fürs Zusehen, Leute. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Denkt dran, morgen kommt das Video zu den Farmpass-Belohnungen von Dissert Season. Und danach, den Tag, kommt das Video zu den Farmpass-Änderungen. Danke fürs Zusehen. Haut rein. Ciao.